hallöchen meine lieben freunde ja es kommt zur auflösung vom heutigen video und vorher möchte ich natürlich noch mal hier kurz meine queen zeigen es gab nämlich gerade noch die nachricht sie ist fertig habe ich natürlich gleich queen walk vorbereitet aber mir ist noch was aufgefallen ich habe noch gesehen fairplay fördern wir setzen uns jetzt noch stärker für fairplay ein unser ziel chancengleichheit für alle spieler als teil dieser maßnahmen werden spieler die verbotene software von drittanbietern nutzen streng gestraft unter anderem sind auch dauerhafte sperren möglich das ging darum das hat lichtler auch schon mal erwähnt geht jetzt wirklich darum dass die halt sagen er kommt ist auch irgendwo ganz klar weil es geht auch irgendwo um deren geld logisch weil wenn man halt eben eine möglichkeit hat oder eine möglichkeit geschaffen wurde dass du deine gems zum beispiel irgendwie umsonst bekommen solltest was ich zwar nicht kenne aber wenn du jetzt zum beispiel bei einem bot da geht es ja dass du halt effektiv deine ressourcen umsonst bekommst wie gesagt mit diesem x mark zeug kenne ich mich nicht wirklich aus habe ich auch noch nie so gesehen wie auch egal aber bei einem bot weiß ich dass es geht ganz klar beziehungsweise vielleicht mal ging ob sie jetzt noch geht ist eine andere geschichte aber dann ist es halt so eine sache klar wenn wenn ich irgendwo anders ressourcen herbekomme als zu spielen in anführungsstrichen oder halt gems zu kaufen dann sagen die sich natürlich auch hey läuft nicht läuft auf keinen fall und dann ist das natürlich klar also jetzt kommen wir erst mal zu meinem fight hier ich will noch mal hier schön nach vier nicht vier woche nach einer woche will ich noch mal schön richtig gut einen angriff hoffentlich mal raushauen mal schauen ich habe mir extra einen heal spell mitgenommen für die schweine das war da vielleicht noch was machen können ich meine 2,8 k ist schon ganz nett Ich weiß gar nicht worauf ich insgesamt gehe jetzt also weil effektiv das dunkle ist ja jetzt nicht mehr so wichtig klar das werde ich auch wieder ihr seht es ja jetzt selber eben auch in dunkle truppen investieren und damit dann einfach ein bisschen rumforschen weil ja weil küre hat ja nur gut losgesplasht auf jeden fall also da muss ich echt sagen bin ich positiv echt überrascht besonders wenn man die halt im cw beziehungsweise in in der cb gespendet bekommt also im klaren selber ist die halt noch mal ein bisschen besser vom level her klar es ist schon ziemlich geil auf jeden fall 23 nicht schlecht aber das ist pille palle das hätte ich euch vor aber ha ha das gold ich sehe gerade hat gold und hat gold gibt mir 100 volt direkt auf den kult wenn er versteht was ich meine Obwohl 100 volt auf dem kult willst du nicht unbedingt haben okay ja queen walk mit drei heilern wird auch ein bisschen schwierig aber wir gucken wir gucken also erst mal gucken wir ist da irgendwas ja da haben wir was versteckt so okay queen und drei jetzt gucke ich wie gesagt ich habe den rage und den muss ich auch bestimmt gleich setzen und ich probiere jetzt hier einfach mal wirklich hart ich renne jetzt einfach rein so Gucken wir mal ich setze ja ja genau ich muss nämlich wirklich mich auf die queen so ein bisschen konzentrieren schade der heil war definitiv nicht korrekt gedroppt auf jeden fall klar aber so ist das leben wir können es nicht ändern so jetzt wollen wir mit dem mauer brechern obwohl da ist ja schon ein bisschen was passiert mit denen mit den schweinchen aber hätte besser laufen können auf jeden fall so gucken wir mal was war in der cb haben und wir gucken mal was hier mit dem king los ist und ja genau das passt doch super das passt sehr gut dass wir hier noch riesen am start haben und wir müssen jetzt definitiv hier was machen dass der king nicht weiter noch weiter weg läuft hier ich rage hier einfach noch mal oh das ist so so krass undurchsichtig alles auf jeden fall gerade ist nicht schön aber so ist das leben ich habe auf jeden fall noch einiges an bogeys am start das tut also gar nicht weh und Kommt genau die soll sich jetzt nämlich mit dem ganzen zeug hier gar nicht so lange aufhalten die soll einfach nur durch die mauern durch rennen läuft auf jeden fall cool geht bei dir so wollen wir das haben weil wie gesagt das muss sich jetzt lohnen also das muss einfach wirklich so dass man sagt gut okay komm Ihr wollt eine verbesserung haben klar ihr wollt halt Directly in der face from the gegner und klar mit den hawks muss jetzt auch irgendwo dann eine verbesserung da sein Gucken wir mal hier vor sie ja so geil so geil haa ich wusste es doch dass er hier noch irgendwo was versteckt hat jetzt gucken wir dass wir hier noch ein bisschen So ein bisschen irgendwie ablenkung haben Ich merke aber definitiv dass es mich echt so ein bisschen an zeigt also im negativen sinne weil ich halt genau die queen im auge behalten muss Weil ich ja dennoch die anderen sachen mache aber ich würde mal sagen das ist Klar Base technisch keystar 96 kommen jetzt nicht mit ja die base ist ja eh total banane gewesen weiß ich aber Als jetzt eine woche lang gar nicht gemacht und dann eben umgestiegen und dann gleich zu freestaren ist okay passt das war in ordnung Aber ich merke halt wirklich es ist definitiv Definitiv schwieriger in kombo mit den mit den schweinen Ich habe ja ich habe ihr habt ihr habt ja an dem an dem hiel spell gesehen ganz klar der war halt doch fehl gedroppt und ich hatte halt auch nur Drei heiler dabei das ist natürlich auch so eine weitere sache die es halt nicht unbedingt einfacher macht klar das passt das passt dann Giften brauchte ich nicht und ich hätte gern noch mal zehn zehn schweinchen hätte ich gern noch mal und dann gucke ich mir das an wie Das halt so läuft so jetzt gucken wir noch mal kurz rein in diesen angriffs lock Das ist in ordnung das ist vollkommen okay 400 knapp 200 und dann das ist in ordnung Wären halt wirklich nur die 2,3 k gewesen hätte ich gesagt Das lohnt sie nicht aber ihr habt es ja dann gesehen mit 400.000 gold Ist das eine sache die sich dann lohnt und dann kann man den auch angreifen klar jetzt möchte ich aber gerne trotzdem noch mal kurz in diese Nicht in die gesamte wiederholung reingucken aber ich möchte mir einfach noch mal kurz angucken auf welchem niveau der war Ja der war schon neuner aber ganz ehrlich die sonst so die abwehr Klar hier hat er auch schon gemäxt doch naja So so halb halb würde ich sagen also die expos hat er eben erst auf zwei die queen ist aber schon mit sieben dabei also man kann jetzt so 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 halb war würde ich sagen ich würde mal sagen so halb wie sagt die magiatürme gar nicht aber wiederum die kanone hat das schon komplett also Und das base layout ja Okay, ich weiß definitiv das kann ich definitiv sagen dafür gibt es auf jeden fall schon mal einen daumen nach oben Erstens wir haben ja nur unsere zweieinhalb minuten Also die ich jetzt gebraucht habe ich hatte ich hatte ja drei Wir haben es aber in zweieinhalb minuten geschafft und ich weiß zu 100 prozent mit einem ganz normalen queen work so wie ich halt gemacht habe sonst immer Hätte ich die base definitiv nicht gefreestart hätte ich zeitlich nicht geschafft weiß ich hundertprozentig so viel dazu Und jetzt kommen wir zur auflösung und zwar Habe ich jetzt wie gesagt der untere habe ich ja gesagt habe ich gelassen und jetzt dieser jetzt kommt trommelwirbel Kommt der bauarbeiter angerannt und natürlich sind es fünf juwelen Das sollte jeder gewusst haben wenn er diese sache aus dem netz kennt Es sind fünf juwelen und jetzt suchen wir uns natürlich jemanden raus ganz klar Und zwar dort gehen wir rauf ich hatte mir den schon mal ausgewählt den link weil der ist jetzt ganz ganz frisch sozusagen Das heißt wird jetzt alles rausgesucht mal gucken was passiert So ich mache jetzt winner picking aber ganz wichtig wenn derjenige jetzt zum beispiel reingeschrieben hat Sieben geht natürlich nicht dann ist derjenige natürlich am Arsch aber ihr seid einfach offen bzw live dabei Nicht offen er bringt sechs marlen tut mir leid Dies war leider falsch aber immerhin bist du ins video gekommen immerhin was will man mehr Leider nicht Wow Gino Mario Blümel leider auch nicht es sind nicht drei Ja Alle oder alle doch alle denke ich mal alle clash darf sich bei mir melden Per nachricht bzw ich gucke mal ob ich das selber auch hinbekomme Dass ich ihn anschreibe und dann geht der code an ihnen viel 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 spaß damit Mal gucken ob es sowas wieder gibt weil wie gesagt ich bin ja so grundsätzlich nicht so dieser gewinnspiel typ Also ich muss mir einfach sagen ey erstens es waren Grundsätzlich waren einfach mal die 20k jetzt gerade dran Ich habe 30 geburtstag gehabt donnerstag und ich muss wirklich dazu sagen Ich kann wirklich sagen also ich habe die mir über app bounty geholt Das heißt also wenn ihr das auch noch mal machen wollt könnt ihr gerne unten ist auch der ganz normale code drin kriegt eben noch mal zusätzlich Ein bisschen mehr credits könnt ihr euch einfach runterladen sprich dieses typische Ihr ladet euch über das handy halt spiele oder apps und kriegt dafür halt credits und könnt ihr dann irgendwann in itunes Gutscheine umtauschen wie gesagt geht bei App bounty nur mit itunes ganz ganz wichtig oder halt amazon amazon ist auch sehr geil so ich stand halt da ganz ehrlich und ich habe doch jetzt hier meine 500 gems Klar ich könnte noch mal aufladen was was ist was haben wir das sind 1200 oder Ja ich ja genau ja genau kommt es dann effektiv auf 1200 genau Und klar aber ich meine ich kann es in dem fall dann auch mal sagen gut okay jetzt brauche ich es halt wirklich nicht Passt ist in ordnung Hab viel spaß damit Das war es von mir ich hoffe ihr hattet spaß an dem video und jetzt geht es wieder weiter mit diesem Abgewandelten queenwalk im bereich oder ja im bezugnehmend auf dass man halt wirklich noch ein paar schweine mit Mit zunimmt dann halt noch zwei hier und dann gucken wir mal was da so machbar ist vielleicht dann auch noch mal irgendwie eine Valkyre mit rein also da werden auf jeden fall dann jetzt dunkle truppen mehr verwendet Und mal gucken was war da wirklich uns zusammen basteln können vielleicht kriegen wir noch mal eine richtig ganz andere taktik weil fakt ist von Bang Bang gaming Bang Power power bang gaming War es ja effektiv so dass der halt gesagt hat gut okay ich nehme hier meine minions ich clear mit denen und nehme dann meine queen und Hau da ein paar heiler hinterher das ist ja mit dem system hat das ja gar nichts mehr zu tun also das hatte ich ja schon So weit geändert auf jeden fall das war es dazu ich hoffe die zwei videos heute haben euch gefallen Und dann haut mal rein ich wünsche euch was Ciao ciao